Am 12.08. war es soweit. Das Nachbarschaftsfest auf dem Hansaplatz fand auch in diesem Jahr wieder statt. Neben dem Angebot an Essen und Getränken war auch das musikalische Programm mehr als vielversprechend. Bands und Artists wie Banda Bantu, Danilo Manelli und Boomtown Shakedown als Main Act sorgten für Dynamik und gute Laune auf dem Hansaplatz. Ja, die Musik ist sehr schön. Also man kann auf jeden Fall zu der Musik richtig abgehen. Die Menschen freuen sich, dass es Kultur gibt, dass es Infostände gibt, dass es was zu essen gibt, was Vegetarisches zu essen. Aber auch für Kinder und Zirkusbegeisterte war ausreichend gesorgt. Gefördert durch das Erasmus Plus Programm der Europäischen Union wurden die Ergebnisse des Projekts Zirkus Act präsentiert und Skills wie das Jonglieren und das Tellerdrehen an Interessierte vermittelt. Organisiert wurde das Nachbarschaftsfest von der Initiative Platan Power und dem Benno House. Wir bedanken uns bei allen Gästen und KünstlerInnen sowie allen helfenden Händen für einen abwechslungsreichen Samstag im Hansa-Viertel.